Da sind Gegner! Hilf mir! Ich renne weg. Bist du farbenblind? Ich will weg von dir. Bei uns sind Gegner. Eine Drehung. Oha! Ich bin krass, ne? Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Fortnite-Challenge. Ich werde heute mit dem lieben Lars versuchen, eine Fortnite-Challenge zu erfüllen. Zunächst möchte ich jemanden ganz lieb grüßen. Die Kegle19, ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, schreibt wieder mal ein nice Video von dir. Du wirst noch ganz groß. Da bin ich mir sicher. Like ist da. Liebe Freunde, in der Zukunft werde ich die ersten Kommentare eines Videos grüßen. Wer schnell ist, wird gegrüßt. Sorry, dass ich nicht mehr alle grüßen kann. Aber wer schnell ist, wird gegrüßt. Leute, ich freue mich über jedes Abo. Ein Abo ist für mich viel wert. Für euch ist ein Abo nur ein Klick. Für mich ist es eine Anerkennung meiner Arbeit und Kreativität. Also zerstört den Abo-Button. Holy Gaming hat mit Hashtag Fortnite-Wunder kommentiert. Er hat eine schöne Bounce-Pad-Arena gebaut. Und siehe da. Das könnt ihr hier im Hintergrund schon sehen. Ich finde es cool. Wer auch ein schönes Bauwerk gebaut hat und möchte, dass ich es zeige, muss nur Hashtag Fortnite-Wunder in die Kommentare schreiben. Ich möchte mich bei allen Mitwirkenden bedanken. Dank euch konnte dieses Video erst so entstehen, wie es geworden ist. Vielen Dank. Guckt mal, was ich im weiten Welt des YouTubes gefunden habe. Happy Llama, sad Llama, mentally disturbed Llama, super Llama, drama Llama, big fat Llama, llama Llama. Zurück zur Challenge. Die Challenge heißt nur blaue Waffen Challenge. Wir dürfen in der Challenge nur blaue Waffen verwenden. Und jetzt kann es losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hallo. Hi. Hi. Wie geht's dir? Och man, jetzt bin ich ein Loser. Toll, danke. Nur blaue Waffen Challenge ist jetzt angesagt. Hoffentlich haben wir diesmal... Also wir haben wieder drei Versuche, ne? Und ich hoffe, diesmal haben wir mehr Glück mit den Waffen. Ey, guck mal, oh, der Würfel, wie viele Sachen der schon gemacht hat. Zeig mal, wo... Wo sind... Au. Oh. Was ist denn da passiert? Also der hat so irgendwie so Zeichen in den Borden gemacht, der Gravitationsfeld. Ja, das hab ich auch gesehen. Und wenn er dann... Seine letzte ist, seinen letzten Ort... Ja, ist heute okay. Okay, wir gehen's heute. Sein letzter Ort ist bei Loot Lake, irgendwie so in der Nähe. Da soll angeblich irgendwie das Wasser aussaugen. Also erst macht ihr noch die letzte Gravitationsfeld, dann geht ihr auch zu Loot Lake, saugt das Wasser auf, irgendwie so. Und dann bildet sich da so eine Art Vulkan. Also ich weiß nicht. Ja, das hat man voll oft gehört, da soll irgendwie ein Vulkan kommen. Aber ob das wirklich stimmt, da bin ich mir nicht sicher. Du? Weiß nicht. Ey, ich geh dieses Haus hier, ne? Macht das, ich hab keine Waffen. Entschuldigung, dass ich verlassen habe. ita, ne? Hilf mir. Schildeblau, Schilde, ja. Ich hab keine Waffen. Ich brauch also deine Hilfe. Du darfst sie sogar als Notfall irgendwelche nehmen. Das darf man nicht, nein. Wir dürfen uns keine als Notfall nehmen. Ach so, okay. Also, hilf mir. Ich helfen sie mir, bitte. Ich hab auch nichts. Ja, okay, dann tu dich jetzt mit Spitzhacke. Ja. Ich bin, ich bin Superman. Ich renne weg. Bye, 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 meine Liebe des Lebens. Ich hoffe, ich werde nicht von hinten abgeschlossen. Ey, aber hey, guck mal. Ich bin so voll unauffällig. So ein Bursch, ne? So überhaupt nicht. Man sieht mich überhaupt nicht. Die werden alle sterben. Die werden alle sterben. Oh Gott, hör mal auf zu holen. Ja. Hol, Suse. Also echt, also. Wir sind keine Weiche. Ja, okay, doch sind wir. Ein Fahrer, sie können nicht mehr. Wo bist du? Wir sind gestorben. Öl, du hast ne Grün. Das war wieder alles deine Idee. Wenn wir verrecken, bist du dran schon. Och Mann, jetzt hör auf rum zu holen, du Heulsuse. Also echt. Wir werden also jetzt sterben, ne? Vielleicht nicht. Weg mit deinem Geld. Das ist immer noch dreckig. Hä, warum ist das dreckig? Weil Büsche es angefasst hat. Ey, stimmt mal vor, dann sind wir überall so grüne Waffen. Dann sagen wir, wir machen nochmal diese grüne Waffen-Challenge. Ja, aber ey, weißt du, das ist voll extra. Und dann sind wieder blaue Sachen. Und, ja, geht's immer so weiter. Also gibst du hier ne Waffe. Sei mir runter zu Dasti. Ne, ich glaub, da sind welche. Ja, komm, wir kämpfen Mann zu Mann mit der Spitzhacke. Nein, komm, wir kämpfen. Oder doch nicht lassen. Los, wir kämpfen mit diesem Grifting Spoonster. What the fuck is going on? Warum sprich so hoch? Boom. Bin ein Riese. Äh, Gravitation. Gravitationsfeld, hallo. Boom. Was ist das denn? Und irgendwie soll die Lava kommen. Ey, guck mal hier ist er. Das hat der Würfel hingemalt. Nein, ich tanze erst mal. Ich kann fliegen. Kannst du wirklich? Ich hab Gravitationsfeld. Ja. Ich kann fliegen. Wir werden alle sterben. Ich bin sogar schneller im Laufen. Lass mich in Ruhe, das ist mein Klohäuschen. Guck. Ja. 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 Oh nein. Geh weg mit deinem Geld. Tschüss. Was? Wasser ist Wasser und Meerwasser ist Meerwasser. Wusstest du das? Ich glaube, wir werden das nicht überleben. Ich glaube auch. Ey, wenn wir jetzt einen ewigen Sieg holen mit überhaupt keiner Waffe. Mit einer Spitzhacke. Genau, so. Okay. Ja. Ja, hier ist auch nichts. Alles klar. Aber ich hab Heilung. Guck mal. Klopapier. Bäh. Da ist Lama. Wo, 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 wo. Im Südwesten. Ich seh's auch. Lama haben manchmal auch drei Items drin, ne? Ja, meins. Die. Nur weil ich jetzt die blaue Waffe gefunden habe. Ich hab was blaus. Sehr witzig. Guck mal. Meine Spitzhacke. Ach nee. Meine Spitzhacke ist auch blau. Nein. Du kannst ein bisschen Farben blenden. Das ist grün und ähm. Nein, ich meine von der Farbe her. Ich meine eben Inventar. Schlaues Kind also. Depressionen. Ich hab Depressionen. Guck mal, ich mache. Guck mal, was ich mache. Ich muss runterspringen. Ja, okay, bye. Ey, du. Okay, okay, ich komme. Aber die Schmauer, no joke. Oh mein Gott, die ist ja blau, ne? Ich hab ne Stange gefunden. Ah, Sonny, Sonny. Warum Sonny? Sonny. Warum Sonny? Warum Sonny? Ich hab die schlechteste Waffe der Welt. Loot Lake wird zu Lava Lake. Angeblich. Guck mal, erstmal so Depressionen kriegen. Guck mal, was ich mache. Ich bin voll schadenfroh, dass ich endlich weg von dir bin. Ah. Haha. Nein. Ich bin schadenfroh. Lass mich. Lass mich schadenfroh sein. Bye, 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 bye. Scheiße. Hä, der kann fliegen. Ich will weg von dir. Schnell. Da sind Gegner. Pius. Ey, Pius. Wir kommen in Frieden. Guck mal. Aua. 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 Hatt mal auf. In der schlechteste Bar. In Frieden. Hahaha. Ich melde den jetzt. Ich will den Spieler melden. Hallo. So. Hat mich getötet. Send. Hahaha. Hahahaha. Hint. So. Hint. Hint. Effigkeit später. Da muss ich die erstmal suchen. Effigkeit später hab ich gesagt! Verdammte Scheiße! Au! 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 Ich hab meinen Kanal für dich ja... Bau! Äh... Ja, okay. Direkt am Anfang ne blaue Waffe. Ich hab noch ne grün... Äh, blaue. Jaaa... eine... mhm... blaue Waffe. Ja, war wirklich grün. Du hast eine blaue Waffe, die in Wirklichkeit grün ist. Alles klar. Die Zone spielt mit. Ja. Soll ich sie runterfallen lassen? Das ist dein neues Zuhause. Tschüss. Meld' ich jetzt vom Hausbesitzer adoptiert, oder was? Jaaa... Stunt! Muss man erstmal schauen. Oha, du kriegst eine Million Klicks für diesen Stunt. Überschlag! Eine Drehung! Oha! Ich bin krass, ne? Bester Stunt ever! Ey, das sind Gegner! Bei diesen sumpfigen... Siehst du die? Am Sprengen. Ja, ja. Lass die mal in Ruhe. Bleib mal halt mal stehen. Sonst sehen die uns nicht. Ja, nur noch drei Leute, ne? Ja. Bei uns die Gegner. Ja, hinter uns. Schnell, schnell, den kriegst du. Verdammt, ich hab keine Materialien mehr. Mach einfach den Krieg 17. Fuck! Was schaffst du? Was schaffst du? Komm, den schaffst du! Wow! Das kann ich nicht! Ah! 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 Verdammt! Verdammt, nein! Egal, ich konnte dich ja nicht heilen. Aber wir hätten fast geschafft! Warte mal, wieviel Platz sind wir geworden? Der dritte Platz sind wir geworden! Ähm, und wir haben null Kids! Genau, wir sind so gut! Wir sind so gut! Wir haben gar keine Kids! Willst du noch irgendwie was zu den Zuschauern sagen? Nass! Okay, er sagt nichts mehr! Also würde ich sagen, er hatte Spaß mit uns! Und das war's mal wieder mit diesem Video! Bye! Alle Tomatenschädel abonnieren! Liken nicht vergessen! Das war's mal wieder mit diesem Video! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wenn ja, lasst ein Like da! Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke! Wenn es euren Freunden, Familienmitgliedern irgendein Mensch auf dieser Welt gefallen würde, teilt das mit dem! Bis zum nächsten Teil am Freitag! Ciao!